Es ist mal wieder Mittwoch, Zeit für Challenge WBS. Hallo, ich bin Christian Säumeke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Säumeke und ihr wisst schon, was mittwochs los ist. Mittwochs könnt ihr mich challengen. Und da versuche ich, so viele Fragen wie möglich für euch zu beantworten. An dieser Stelle vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Schaut auch mal vorbei auf unserem Instagram-Channel Recht2Go. Der ist brandneu, wächst sehr schnell und bietet euch eine Minute Recht pro Tag. Und zwar die wichtigen Fragen des Alltags. Nicht in so einer epischen Länge wie hier auf YouTube, sondern nur eine Minute. Solltet ihr bei Instagram unterwegs sein, Recht2Go ist der Kanal. Recht, dann die zwei, dann das Go. Unten auch nochmal verlinkt. Apropos Go. Eine gute Aussage für das, was jetzt kommt. Drei Minuten habe ich. Also genug der Vorrede. Let's go. Erste Frage ist riesig. Ich habe ein Video über die Prüfung von Standardgeräuschen von Motorrädern, Auspuffgeräusche gesehen. Da ich selber Motorradwiderer bin, frage ich mich, ob ich verpflichtet bin, den Polizeibeamten den Fahrzeugschlüssel auszuhändigen. Weiterhin frage ich mich, ob ich den Kraftschot verbrauch, der bei der Messung verbraucht wird, der messende Behörde in Rechnung stellen kann. Habe da zum Internet erstmal nichts finden können. Also, du musst der Polizei jetzt nicht ohne irgendeinen Anlass irgendwelche Fahrzeugschlüssel ausdämmen, aber es geht offenbar um Standgeräusche von Motorrädern. Achso, die Polizei will die, ach ich bin doch blöd, die will hören, wie laut ist das und wenn ihr es sieht, nee, also da würde ich sagen, keiner muss an seiner eigenen Überführung mitwirken. Das heißt also, in dem Moment, wo die Polizei neben dir steht und sagt, hier, mach doch mal an, dann gibt es für mich jetzt keinen Grund, dass du das anmachen müsstest. Hätte die Polizei aber einen konkreten Verdacht, könnte sie dein Motorrad beschlagnahmen und von einem Gutachter anschalten lassen. Aber da muss ein konkreter Verdacht vorliegen, müsste wahrscheinlich sogar ein richterlicher Beschluss sein oder Gefahr im Verzug. Also, einiges an Voraussetzungen und wenn du auf ein bisschen Zock gehst, also du willst zocken, sagst du, nö, ich gebe euch den Schlüssel nicht, ich muss nicht an meiner eigenen Überführung mitwirken. Spritverbrauch wohl eher nicht, wenn wäre das ja sowieso nur im Cent-Bereich. Herr Erik Ranner, alias Gronkh, ist ja nun sein eigener Fernsehsender. Ist Gronkh nun wie jeder andere Fernsehsender dazu verpflichtet, Vorwahlen Parteienwerbung in sein Programm einzubinden? Das ist eine gute Frage. Er ist kein Fernsehsender, er hat nur eine Sendelizenz. Ich glaube nicht, dass das, aber er hat eben keine Sendelizenz für terrestrisches Fernsehen oder für Satellitenfernsehen, sondern eben nur für die Internetsendungen und mir wäre nicht bekannt, dass es da Verpflichtungen gäbe, auch Parteiwerbespots einzublenden. Aber er muss natürlich jetzt auch Datenschutz, Jugendschutz erfüllen. Da sind schon höhere Anforderungen zu füllen. Wir selbst prüfen das hier gerade auch, weil ich eventuell häufiger live auf Sendung gehen will und dann braucht man ja so eine Sendelizenz. Kann man dafür belangt werden, wenn man im alkoholisierten Zustand Auto fährt, was man natürlich nicht machen sollte und dann während der Polizeikontrolle Alkohol trinkt, mit der Absicht, nicht mehr weiterzufahren. Es kann mir ja keiner nachweisen, ob ich schon vor oder nach der Kontrolle Alkohol im Blut hatte. Da gibt es einen berühmten Jura-Fall, diesen Sturztrunk, den man da macht. Aber normalerweise kriegt die Polizei dann schon mit, wie viel hast du getrunken und dann können die eine Rückrechnung machen. Und dann wird es tatsächlich dann für dich auch wieder schlecht, wenn die sehen, so viel war drin. Aber ansonsten, klar, könnte man das theoretisch machen, man hält an, trinkt ganz schnell, sagt, ich habe es jetzt gerade gemacht und dann fällt denen eventuell eine Rückrechnung schwer. Das darf ich jetzt nicht mehr machen. Ich glaube, ich spinne, Leute. Ich glaube, ich spinne. Drei Minuten sind rum. Aber soll ich euch was sagen, woran das liegt? Das liegt daran, dass ihr mir hier solche klöpperlangen Nachrichten geschrieben habt. Also deswegen sorry, dass ich mich hier wieder mit euch verplappert habe. Drei Minuten, drei Fragen. Das ist so ziemlich das negativste Ergebnis, was ich hier je erzielt habe. Asche über mein Haupt oder wie das auch immer heißt. Ich würde es auf alle Fälle versuchen, in der nächsten Woche wieder mal auf das normale Level von vier zu steigern. Das ist ja mein Durchschnitt. Aber drei. Aber gut, wenn ihr mir hier solche Brocken reinhaut, ich möchte nicht wissen, was da nächste Woche rauskommt. Naja, wir schauen mal. Danke, dass ihr dabei wart. Schaut bei Recht2Go auf Instagram mal vorbei. Unser neuer Channel, den wir zusammen mit dem Machern von SternTV uns ausgedacht haben. Vielleicht gefällt euch das ja, was wir da machen. Unten drunter in der Videobeschreibung ist der Link zum neuen Instagram-Channel Recht2Go. Go! Schön, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr euch für diese Videos interessiert. Hier gibt es noch mehr zu schauen. Tschüss und bis morgen.